Hey du Mann, hast du Lust auf mehr Präsenz? Auf eine anmutigere und schönere Haltung? Hast du Lust auf eine neue Art sichtbar zu werden? Hast du Lust mehr Kontakt zu dir und deinem Körper zu haben? Ich habe Trainingsmethoden entwickelt, die sich gut in den Alltag integrieren lassen, die dir helfen zu einer anmutigeren Haltung zu kommen, sowohl körperlich als auch geistig, die dir helfen sicherer und standhafter aufzutreten, die dir helfen mutiger in Begegnung zu gehen, Räume zu betreten, die dir helfen, dass du auf eine neue Art sichtbar wirst, dass die Schönheit deines Seins voll und klar in Erscheinung tritt und auch gesehen wird. Es sind Methoden, die sich damit beschäftigen, wie gehe ich überhaupt? Wie komme ich von dem Schlurfen, Schleppen, Wanken zu einem königlichen Schreiten? Deswegen habe ich es Königsweg genannt, weil ich bin mir sicher, wir haben alle einen edlen König in uns und es wäre gut für diese Welt, wenn diese Könige in Erscheinung trinken. Ein Seminar, das dir hilft, in eine Haltung zu kommen, den Kopf zu heben, stabil zu sein, flexibel agieren zu können, je nachdem, wie das Leben auf dich zukommt, immer standhaft, aber trotzdem stabil und beweglich zu bleiben. Der Königsweg. Ein Seminar für Männer, die in ihrer vollen Schönheit und Eleganz ihren Edelnut durch die Welt schreiten wollen. Das wäre gut für alle, die in der Welt schreiten, der auf der Welt schreiten will, Ich bin einavia Wagen, dass das hier in der Welt schreiten ist, um sie zu spüren müssen, dass sie mit einem Schreiten auf fünfmalen sind. Das ist ein wenig, wenn sie schreiten, ist es, das sieht aus. Das ist ein wenig, das ist ein wenig, ob es sich aus. Das ist ein wenig, wenn sie mit einem Schreiten, es hat sich in der Welt schreiten, und das ist etwas, was das jetzt das Problem ist. Das ist ein bisschen, wenn man die Welt schreiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017